Hallo und schönen guten Morgen. Nach dem Erfolg von unserem ersten Livestream haben wir gedacht, wir machen gleich noch einen. Und zwar am... Samstag. Samstag, den 5. Juni, um 15 Uhr deutscher Zeit. Genau, also selbe Zeit wie das letzte Mal. Und dieses Mal sabbeln wir nicht so viel. Nein, wir bleiben höchstens eine Stunde mal online. Das geht ja nicht. Letztes Mal waren wir zweieinhalb Stunden, wisst ihr das? Ja, genau. Und deswegen, wir freuen uns, wenn ihr wieder Zeit habt und wenn ihr Lust habt, schaut rein und dann besprechen wir wieder über einige Sachen, weil so viele haben so viele Fragen gehabt. Also wir freuen uns, wenn ihr da seid. Genau, und am besten ist, ihr abonniert den Kanal und drückt auf diese Glocke, denn dann verpasst ihr gar nichts mehr. Genau. In diesem Sinne, einen schönen Tag. Wir sehen uns Samstag. Bis Samstag. Tschüss. Tschüss.